Derp, 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 derp. Ja, beste Lied. Hey, der stöhnt mir zu viel. Ja, wenn Frank redet. Wenn Frank redet. Mach's bitte nochmal an. Jetzt fehlt mir dieses I'm a Skatman. So, das willst du auch noch haben. Okay, jetzt kommt Frank. Skibidibidib, demdibidib. Ja komm, mach an den Scheiß ey. Lass den durchrattern einmal. Ja, übertreib direkt. Das ist das Alfa-Mensch. Das ist das Alfa-Mensch. Das ist das Alfa-Mensch. Oh ja. Ja, derp. Hast du den gesehen? Der muss reingehen. Hit der ordentlich. Ja, aber... Nein! Aber auch nicht. Er gleich wieder, Alter. Der übel Zettler. Nein! 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 Das deutsche Volk! Ich mach's noch mal. Und wer war hinhalt? Hast du den? Beste Mann! Beste Mann! Beste Mann! Beste Mann! Beste Mann! Beste Mann! Was wollt ihr hören? Deepx oder Sweet Dreams? Hammer, Sweet Dreams! Oh Leute! Euer Ernst, Alter! Ja, wir sind am Pen. Na, guck mal, da hinten ist ein... Bleibt dann mal am Rob. Ich hab... Phobie immer. Löffel Schmeiß. Pass auf! Ja, hör auf zu stillen, spiel lieber. Mein Ball! Was zum Teufel? Hallo? Facken D in die Hecke! Ueuhh... Hahaha, ha-ha-ha... Deja, 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 Deja... Es geht fast so wie die... Beißaufrafen hier die Zombie. Mit dem Klingeinn... Vorsicht! Krass Ich hab dich schon Mit zwei Mann! Mit zwei Mann! Halt die Fresse! Das kannst du vergessen Aber ist ganz schön leise, oder? Ja Jetzt auf einmal bei ihm Ich hab meinen... Nee, nicht du, ich mein... Philipp, ich meine Das ist gerade ausgegangen, warum auch immer Die Verstärkung ziehen Die Unterbellung Leute, wie soll ich euch den noch davor tragen? Die Weihabschluss im Weg Wasser hat die Spur Komm bitte Und was kriegt die mit? Alles geplant Ja, ja, klar Ja, geht Er steht hier oben, ich freu ihn an Er fährt hier oben, ich freu ihn an Ja, komm Tor, ja Danke, Lukas Danke, Lukas Danke, Lukas Konzentriert euch einfach ein bisschen, so Ja, Lukas Wir können das Ding noch gewinnen, ne? Das wisst ihr Die sind scheiße schlecht einfach Gegen sowas verlieren wir hier, oder? Was? Luka, ey, Dennis Wo ist Dennis? Ah, Dennis sag ich schon, ey Mann, komm, ja, egal, komm Ja, los, alle drei Haben sie zwar gewonnen, schön für die Fertig, aus Ja, jetzt macht ihr Jetzt macht ihr ordentlich, ja, okay Keine Lust nachher, wenn ich dann rausgehe Eigentlich auf Toilette möchte Dann den Nippeldreher meines Lebens zu halten Weil er jetzt nämlich aufschreibt eine Liste für der Kerl Sprichtliste, na? Wie hast du auch verloren? Äh, äh, äh Äh, äh Er schickt einfach bloß die Liste, so Mit den Worten, rechne mal nach Ja Oder sowas Los, alle Männchen Ja Mongo, nicht im Tor stehen da hinten, einfach nur so Kannst ruhig mit nach vorne kommen Kannst ruhig mit nach vorne kommen Sobald du siehst, so, ja, da hinten ist Stress, so Kommst du noch zurück Fertig Und ran Ja Also, geh doch einfach, Männchen Ah, siehste, so klappt das doch wieder I fly so high We fly High to the sky We fly so high We fly so high Ich hab Du kannst boost holen Ja Den Zurück Außer Vorsicht Außer Na, hat er nicht Lukas pennt Komm mal, schau mal, die beiden sind klar Los jetzt, Tor ist leer Ich geh Mitte Ja No Sorry, falsch bekommen Lukas Pass auf Mitte Der kommt nochmal, Mitte Ach, Leute Das ist wie Der ist zu den Eck gedreht Ich hab ihn nicht berührt, Leute Ich hab Ich 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 was Ich mach Hier Lava 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 Ein kleiner Sklave Nochmal hinterher, komm Ich bin Mitte Oh Ich war ohne Boost, aber ich bin Mitte Das krieg ich nicht hin Noch hinter Noch hinter Tags noch Mitte der anderen Seite Mitte der anderen Seite Nochmal Hast du das große Paket gesehen Was sie Reingepackt haben In Brawl Nee, gar nicht drauf geachtet Die haben ein riesengroßes Season 1 Update reingepackt Das war knappe 100 MB groß Und du kannst jetzt deine Dodge Attacken Also nicht Dodge Bahn Attacken kannst du abbrechen Jetzt sogar schon BAM Fick dich Inwiefern Ja, das heißt, wenn du ein aggressiver Spieler bist Ein sehr aggressiver Spieler Wie ich Ja, oder wie ich dann halt, ne So, ähm Kannst du jetzt, wenn du zum Beispiel Die Rauchwolke von Hattori machst, kannst du die abbrechen mit einem einfachen Dodge Hey, ich bin da schon Von dir selber, weißt du Du kannst halt deine Attacke abbrechen Wenn du merkst, äh, du kommst damit nicht durch Oh, okay Gerade hier ein bisschen rumhängen Ja, merke ich Ihr zockt wohl gerade Rocket oder was? Mhm Ich hab wieder so'n Überping, Alter Das heißt Ich bin heute ausgespielt und keiner was gemacht Weißt du hast keine Zeit für mich, Chris, ja? Dann kommt drauf an, was du möchtest Mit dir spielen? Achso Ja, hast du gehört, ab Dienstag muss ich arbeiten Was, ab Dienstag? Ja, ab Dienstag Oh, Mann, ey Ab Dienstag, ähm, hab ich Frühschicht erstmal Okay Und um 5 Uhr fängt die an Okay 5 Uhr morgens 5 Uhr morgens fängt die an Um 4 Uhr muss ich los Um 5 Uhr fängt die an Und am Dienstag muss ich aber erst um 8 Uhr da sein Weißt du auch schon, wann du am Dienstag wieder daheim bist? Gegen Mittags meistens Also jetzt zur Frühschicht immer nachmittags, so 3 Uhr, 4 Uhr Eigentlich ne sehr gute Zeit, so finde ich Frühschicht gefällt mir auch ziemlich gut Ja, ich bin jetzt noch vertumpfacht, ne? Ja, eben Nachtschicht ist geil, Alter Nachtschicht fängt um 9 Uhr an Nachtschicht fängt um 9 Uhr an So, dann kannst du rechnen in 8 Stunden drauf Pfff, läuft Loll Da ist der Meni noch wach Ja, Mann Alter, ich werde mir so Ich werde mir so übelst ein Handy besorgen, Alter Weil, das ist, ähm, Metallveredelung halt, ne? So, ähm, Elektrolytenbad kommt das rein, dann veredel zu, ähm, Metall dann halt Ich besorg mir jetzt, äh, laufe der nächsten paar Monate ein nettes Männerspielzeug So richtiges Papa-Spielzeug Was denn? Ne Drohne Ne, was, was weitaus bisher ist, meines Augens Gestern war, äh, Freundin da Und, mit ihrem Freund, halt, und, äh, Tochter Und da hat die ihre Titten gezeigt, Männerspielzeug Ja, so ähnlich kann man das ausdrücken, nein Ähm, warte Warte, 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 warte Äh, Chris, von meiner Sache mit dem Handy, wegen der Sache mit dem Handy, wie machst es dann so, wie, äh, Mach's einfach so, wie Manu das gemacht hat, Alter Auf dem Weg zum, zum Dings im TS sitzen Auf dem Weg zur Arbeit Auf der Arbeit im TS sitzen Äh, Sinuk Mit dem DJ-Spiel mit dem Radion Ja So Warte auf, ja Und rein Wir haben mit, gestern mit dem Teil hier durch Schwarzer gehackt, Alter Das Teil schafft verfickte 50 Ach, warte mal, ein Quad, Mini-Quad Nein, nein, das ist ein, äh, Real Racer Der mit, ähm Ach, hier so ein, so ein RC-Car, oder was? Genau, der mit einer Nitro-Mischung läuft Nice Alter, nice Ey, weißt du, guck mal bitte nach RC-Drift Tu mir den gefallen So ein Ding hab ich geschrottet, Alter Ja Ja, das Teil, das hol ich mir Das kostet halt 219 Latten Und mit allem drum und dran, was ich so dazu hol Mit Tuning-Teilen und so Dann will ich ja gleich was ordentliches Bin ich bei 341, oder so Heißt, ich spare jetzt ein paar Monate drauf Und dann hol ich mir das Teil Da zwick ich gleich halber drei Ja, ich werd mir nochmal so ein RC-Drifter holen, Alter Die sind so geil, Alter Und denkst du, von wegen so, dass es so schwer Wir sind damit gestern durch Schwarzer gehackt, ja Ja Der hat das Ding laufen lassen, Wahnsinn, ey Der ist dreimal so laut wie eine Kettensäge, Junge Naja, klar Zerstörst du an wie eine Kettensäge, ne Ja, ja Und dann blubbert der los, Junge Da hol ich mir halt schöne Straßenreifen, ne Vorsicht Richtig nette Straßenreifen mit Titanfelgen Weil meine Augen, meines Erachtens sagt Er schafft, was das steht drinne Bis zu 50 kmh Ne, bis zu 50 kmh So Und Mit so Plastikfelgen Aufpassen Mit Metallmuttern fest sind Das frisst sich meines Erachtens einfach raus Ja Wenn er da Ende wegwickeln lässt Ein Kollege von mir, der hat Reifen Da waren Feuersteine drinne Da kannst du dir ja vorstellen, was passiert ist, wenn der Gas gegeben hat auf Asphalt Ich will gucken, dass ich Äh Wie bei GTA Sorte Staubperlen krieg Die dann im Endeffekt Ähm Wenn du wickeln lässt Kein weißer, schwarzer Qualm kommt Sondern bunter Hm Kommt bestimmt übel sick Äh, hier mit Feuersteine älter, dann weißt du Bescheid, ne Die ganze Zeit mit Durchdrehen und Rädern hast du da deinen Spaß, ne Das Sicke ist ja, er ist unten Er ist unten rum Und hat dann eine Alu-Schutzplatte sag ich mal Ne Unten dran nochmal So, wenn du halt aufsetzt, ist da nichts passiert Mit dem Plastik Und nochmal 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 Erst gestern ist er aber in den Bordstein gesprungen Und hat den mit der Unterhälfte kurz mitgenommen, ne Da war er so schnell unterwegs, dass man kurz gefunkt hat Und dann hab ich so Man Wenn der fertig seid, könnt ihr mich einladen, wenn ihr wollt Ja, wir sind am 4 oder so Ja, dann zapp mal intern Hello Wayne Ja Dann hör ich wieder nach, wo der Nubis MENI MENI Aber MENI ist schlecht Richtig schlecht in Rocket Die letzten paar Tage Pass auf War auch schwer MENI ist so schlecht die letzten paar Tage Dass er vorgestern gegen Kuxir gespielt hat Hätte er mich nicht gekillt, hätte ich jetzt das Tor gemacht Viel Spaß Ja, Chris, vorgestern mit dem Maxim, ne Ja Ja Gegen Kuxir gespielt Okay Ja Drei, vier verloren Nice Alter, das war ein Battle, Junge Ich hab nur so gelesen, Kuxir, Flipseiten Hab mir so gedacht, alles klar, geh, 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 Junge Alter, ich hab eigentlich so Bock jetzt zu meiner Freundin rüber zu gehen, hm Nein Nein Ja doch, weil die zockt nämlich Pokémon-Tacken Ja doch, weil die zockt nämlich Pokémon-Tacken Wenn ich meine Freunde Ich mich dazu Vielen Dank.